Wenn Du Deine Beziehung verbessern willst oder Single bist und Dich auf die nächste Beziehung perfekt vorbereiten willst, dann habe ich heute ein ganz besonderes Video für Dich, nämlich die 5 Sprachen der Liebe und wie Du sie nutzen kannst, um bessere und glücklichere Beziehungen zu führen. Die letzte und wichtigste habe ich Dir ans Ende gepackt, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Musik Musik Hast du das Gefühl, dass es in deiner Beziehung nicht immer so läuft, wie du dir das vorstellst und dass irgendwie so der Wurm drin ist, ihr liebt euch und es gibt aber trotzdem auch immer wieder Streits und Verletzungen, was auch ein Stück weit absolut normal ist, aber vielleicht kann es dir helfen, wenn du die unterschiedlichen Sprachen der Liebe kennenlernst, denn ja, deine eigene zu kennen kann helfen, auch um deine Bedürfnisse gegenüber deinem Partner zu kommunizieren und es ist auch wichtig, du solltest auch die Bedürfnisse deines Partners kennen, deiner Partnerin kennen und auch seine Liebessprache kennenlernen. Ich stelle dir heute die fünf Sprachen der Liebe vor und ja, ganz kurzer Exkurs hier. Gary Chapman, Psychologe und Beziehungsexperte, ist derjenige gewesen, der diesen Begriff geprägt hat und hör mal rein und schau mal, was du für dich rausfinden kannst über dich selbst, über deine Partnerschaft und wie du diese Sprachen auch nutzen kannst, um tatsächlich eine bessere Beziehung zu führen, denn ich glaube, je besser du dich selbst und deinen Partner lesen kannst, desto leichter wird es dir fallen. Wir fangen an mit den Worten der Anerkennung, die Liebessprache Nummer eins und wie diese Liebessprache schon sagt, du drückst deine Liebe hauptsächlich über Worte der Anerkennung aus, das heißt, dein Partner bekommt von dir Komplimente, er wird häufig gelobt, du zeigst ihm gegenüber Verständnis, drückst das eben auch durch Sprache aus, du stimmst ihm, ihr häufiger zu und ja, du sagst so Sachen wie, es ist schön, dass es dich gibt oder danke, dass du mich verstehst, dass du einfach da bist oder du sagst sowas zu ihm, zu ihr wie, du bist mein absoluter Traummann, meine absolute Traumfrau, dann nutzt du oder eben eventuell dein Gegenüber die Sprache der Liebe, Worte der Anerkennung, also der Ausdruck über Sprache. Genau, die zwei, das sind die Geschenke. Wenn du deinem Partner öfter mal eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lässt, auch außerhalb von Feiertagen, Geburtstagen, Weihnachten und diese ganz besonderen Events, wo man immer was schenkt, sondern einfach zwischendurch ihm oder ihr was mitbringst oder das umgekehrt auch von deinem Partner, deiner Partnerin so bekommst, immer wieder kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch, dann ist es eben gut möglich, dass die Liebessprache entweder von dir oder deinem Partner eben die Liebessprache der Geschenke ist. Das können auch natürlich Bücher, Blumen, irgendwas, was du immer vielleicht auch gesagt hast, zwischendurch, das möchte ich gerne haben und plötzlich liegt es da, hat dir dein Partner mitgebracht, dann ist das die Liebessprache der Geschenke. Dann die Nummer drei, die Unterstützung durch Taten oder Hilfsbereitschaft. Ist dein Partner immer gleich zur Stelle, wenn jetzt mal dein Auto nicht anspringt oder eine Lampe in deiner Wohnung kaputt ist, deine Waschmaschine nicht funktioniert, du dringend was irgendwo hinfahren musst und brauchst einen Anhänger oder irgendwo Unterstützung und er, sie sind sofort da, dann spricht dein Partner oder deine Partnerin die Sprache der Liebe, Unterstützung durch Taten und Hilfsbereitschaft. Die Übersetzungen klingen hier alle etwas so ein bisschen steif, aber genau, ihr wisst, was wir meinen. Dann die Liebessprache Nummer vier, jetzt steigern wir uns nochmal so langsam, auch wenn alle Liebessprachen gleichwertig wichtig sind, kommen auch hier nochmal zum Abschluss jetzt zwei ganz besondere. Die Nummer vier, einmal die physische Berührung und hier geht es um alles, was mit Zärtlichkeiten, Berührungen, körperlicher Intimität und natürlich Sex auch zu tun hat, was für jedermann in der Beziehung wichtig ist. Aber derjenige, der diese Liebessprache spricht, da geht das Ganze nochmal so ein bisschen über dieses körperliche Bedürfnis der Nähe hinaus, eher in so ein emotionales Bedürfnis. Und das zeigt sich in der Öffentlichkeit auch oft, indem du oder dein Gegenüber gerne mit dir Händchen hält, dich häufig umarmt, dir leidenschaftliche Küsse gibt, viele Umarmungen. Also es gibt viel körperliche Nähe, aber eben nicht nur, um körperliche Bedürfnisse zu stellen, sondern um eher so eine emotionale Verbindung miteinander herzustellen. Zum Schluss mein ganz persönlicher Favorit. Die Zweisamkeit. Ich mag diesen Punkt ganz besonders. Hier geht es darum, dass man alles daran setzt, so viel Zeit wie möglich mit dem anderen zu verbringen. Entweder teilt ihr ein gemeinsames Hobby, ihr verbringt die Wochenenden in der Regel zusammen, macht natürlich Urlaube zusammen oder habt auch ganz einfach, ja, ganz schlichte Rituale, wie ihr trinkt jeden Nachmittag zusammen nochmal um vier einen Kaffee oder wegen mir auch jeden Freitag um vier, wie auch immer zum Einstieg ins Wochenende. Diese gemeinsam verbrachte Zeit und noch viel wichtiger jetzt meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung ist hier, dass es nicht nur um die Quantität dieser Zeit geht, sondern einfach so, dass du die Zeit, die du mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringst, diese Zweisamkeit auch so ganz bewusst dann lebst. Also, dass du einfach in der Zeit, wo du mit deinem Partner zusammen bist, dass du die bewusst und intensiv auch verbringst, dass du, wenn ihr zum Beispiel auch eine gemeinsame Date Night als Ritual habt, dass du sagst, ja, an diesem Abend, der Date Night, ist mein Telefon einfach mal im Flugmodus und ich bin ganz präsent hier oder ich habe mein Handy auch mal gar nicht dabei. Eine bewusst verbrachte Zeit und, ja, die ich einfach mit meinem Partner, meiner Partnerin gemeinsam genieße, denn Zweisamkeit hin oder her, ich bin auch ein absoluter Fan davon natürlich auch die Zeit mit Freundinnen oder Freunden zu verbringen und nur mit dem Partner, ja, das ist ja auch wirklich Quatsch. Und genau, also Zeit, Zweisamkeit ganz bewusst zu genießen. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das so seht, gerade diesen Punkt auch eben dieser Zweisamkeit und überhaupt diese Sprachen der Liebe. Ich finde sie letztendlich alle wichtig und vor allen Dingen auch, sie einfach zu kennen, um Beziehungen zu verbessern, besser zu leben und auch einfach nochmal zu genießen und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen, habt euch ein paar Notizen vielleicht auch gemacht. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare, auch darauf, ob ihr eure eigene Liebessprache kennt. Schaut auf jeden Fall mal nach. Ihr könnt Tests auch finden im Internet, die fünf Sprachen der Liebe, wo ihr auch ganz gezielt nochmal über einen Fragenkatalog herausfinden könnt, welche Liebessprache eure ist. Aber vielleicht haben euch hier die Hinweise schon gereicht und ihr beobachtet euch oder euren Partner auch mal in nächster Zeit ein bisschen genauer und dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon relativ schnell erkennen, welche Liebessprache er oder sie sprechen. Dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und, ja, vor allen Dingen auch tolle, glückliche Beziehungen. Es war ein schöner Moment wieder mit euch. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe, alles Gute, ein, ja, ein schönes Restwochenende und wir hören uns bald. Eure Marie.